Warum macht man eigentlich immer, wenn man nach oben spielt, spielt man immer von links nach rechts und wenn man zurück spielt, spielt man immer von rechts nach links. Warum dreht man das nicht eigentlich um? Also das geht doch auch. Ich kann doch quasi von rechts nach links spielen, aber nach oben gehen. Pass auf, das klingt dann so. Und jetzt gehe ich zurück und drehe das auch um, spiele hier von links nach rechts. Ganz anderer Sound. Hör mal hin im Vergleich. Ich mach das mal hier. Normal. Ich würde es schon ein bisschen... Ah, kriege ich gleich eine andere Struktur. Ist ja klar, du nimmst jetzt andere Sprünge oder so.